Jo, ich bin's wieder. So, ich wollte euch einmal zeigen, da ist unser Campingplatz. Und da ist auch schon das Meer. Ich finde, das geht. Ich finde, das geht. Und dann bin ich wieder von der Skapelle, ich hoffe, jördlich. Ich wollte euch aber noch sehen, da muss ich noch zeigen, wenn es schlecht stehende Benutzung ist, aber ein sehr schöner Platz besteht. Ich hoffe, es geht. Ja, moin. Wir sind hier in Vlissingen und hier wollten wir uns zwar den Hafen anschauen. Wir haben einen sehr schönen Stadtstrand. Da wollen wir mal sehen, was das Örtchen uns so bieten kann. So, wir sind hier am Hafen von Vlissingen. Und ich muss eigentlich sagen, für September ist hier einiges los. Ich will gar nicht wissen, was im Sommer und in der Hauptferienzeit los ist hier. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird mit Sicherheit auch daran liegen, dass die Leute nicht mehr so richtig fliegen und richtig weit ins Ausland fahren. Und dann darf ich hier hinkommen. Aber kann ja jeder machen, so wie er möchte und muss. So, wir sehen uns dann. Musik Es kommt näher und näher und näher